Herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Live-Folge ZFS Rocks, wird Ihnen präsentiert heute von Und Server Shop24, dem Lagerhändler für gebrauchte Hardware und Server. Ja, hallo, hallo, liebe Leute. Heute möchte ich mal ein ganz kurzes Redethema anstoßen, und zwar die Zeitersparnis im Härtefall. Und da hatte ich jetzt gerade ganz akut eine Situation gehabt gestern, wo wir das Video für Sysop Cv100 aufgenommen haben, wo ich noch sagte, ja, Feierabend mache ich früh, und ich entscheide in der Regel, wann Feierabend ist, aber nicht unbedingt zwingend in jeder Situation. Was da passiert ist, ist das Folgende. Ich hatte einen Kunden gebeten, seinen Server 2012 ohne R2 neu zu booten, und der hatte das nicht hingekriegt, also habe ich das gestern Abend kurz gemacht. Ich war ziemlich platt vom Sport, vom Tag von den Videoaufzeichnungen, hatte schon ein Glas Wein getrunken und habe das einfach mal angestoßen. Ja, und dann passiert das, was du eigentlich nicht mehr haben willst in dem Alter. Die blöde Kiste ist nicht hochgefahren, so. Und ja, hast du geguckt, und in der Ereignisanzeige von Proxmox hast du gesehen, also es ist keine Plattenaktivität, keine CPU-Aktivität, das Ding hängt. Das habe ich drei, viermal wiederholt, anschalten, ausschalten, die Auslagerungsdateien im Verdacht gehabt, und ja, wie es halt so ist, es kam nicht, es ist nicht hochgefahren. Absicht der Modus habe ich nicht hinbekommen, Reparaturmaßnahmen haben nicht geholfen. Snapshots hatte ich eine Menge, dank ZFS im Viertelstundentakt, da habe ich gleich mal die Aufhebezeit auf 8 hochgesetzt, also auf quasi 2 Stunden, und dann nochmal auf 12, auf 3 Stunden, damit da bloß nichts anbrennt, und das Ding wollte einfach nicht hochfahren, ja, Updates nicht geklappt, okay. Ursache war mir noch nicht ganz klar gewesen, in dem Moment bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, ich clone mir mal die eine oder andere Platte, du lässt dir eine Snapshot-Liste machen und sagst dann ZFS-Klon, Snapshot-Name leer, und dann denselben Name ohne das Add mit einem neuen Namen, also wenn das vorher die VM100 Disk 2 war, dann ist das jetzt die VM100 Disk 9, nehme ich da immer von hinten an, und habe die mal in die VM eingeklinkt, von vorm Update, und da fuhr das Ding auch nicht hoch, ja, okay. Wiederum probiert zu reparieren und mal gegoogelt, was das so sein könnte, keine Idee gehabt, dann habe ich noch 4, 5 mehr Clones gemacht von jeder Viertelstunde, also Disk 9, 8, 7 und so weiter, und habe dann am Ende auch mal die Version von vor 3 Stunden und vom Vortag mal gebootet. Und bei der Version von vor 3 Tagen gingen dann die Updates los beim Hochfahren, und er hing auch, und da wurde ich skeptisch. Das Ganze hat dann ungefähr so eine Stunde gedauert, bis ich zur Erkenntnis kam, dass doch da dieser Newsletter von Sophos war, die hier quasi gesagt haben, man könnte jetzt, man muss ja aufpassen, die hat einen Bug drin, und die Systeme würden die hochfahren, und ich hatte den Kunden völlig außer Acht gelassen. Das war auch eine Version, wo von der Firewall verwaltet wurde, wo die Sophos nichts drunter patchen konnte, und genau den hat es dann erwischt, obwohl wir das eigentlich schon Tage vorher getestet hatten. Also wir haben geguckt, ob das schon irgendwo updatet war, dieses April-Update, und ja, normalerweise, wie wäre das gelaufen? Normalerweise hätte man die Updates entweder mit der Automatsch laufen lassen, weil man sich darauf verlässt, dann hätte es geknallt. Dann hätte man ein Backup zurückspielen müssen, das hätte in dem Fall mit der klassischen Backup-Software, bis die gebootet ist und die CD bereitsteht und Treiber, ja, so 4 Stunden sind dann mal schnell vorbei, es waren 200 Gigabyte, die müssen auch erst mal kopiert werden. Da hätte man vermutlich ein sehr nahes Backup genommen, was nicht funktioniert hätte. Also das hätte schon ein Backup sein müssen, was irgendwie vor April gewesen wäre, von den Betriebssystemen, dann hätten später die Workstations mit der Active Directory-Stand gewaltig einen Ärger gemacht. Also das wäre doof gewesen, wenn der Admin dabei gewesen wäre, vor allem wäre, der hätte ein Snapshot gemacht, das hätte nicht gebootet, das hätte zurückgerollt und das hätte auch nicht gebootet, weil das Ding schon drin war. Also dieselbe Situation, auch hier wieder lange Backup, wieder Herstellung, wäre da der Fall gewesen. Und ich habe tatsächlich das Ganze jetzt mit allem drum und dran, testen und Updates und deaktivieren und löschen, quasi mit den Clones erst mal überhaupt rausgefunden, was da los war, habe dann die virtuelle Maschine von der, abgesichert, nicht abgesichert, sondern mit so einer Eingabeaufforderung nochmal gebootet, mit der Escape-Taste drücken vorne halten. Da konnte man aber keine Treiber installieren, zumindest habe ich es nicht gefunden. Dann habe ich die virtuelle Hardware nochmal angepasst und dann konnte ich das booten und habe dann einfach den Sophos-Ordner umgenannt und habe das dann alles noch gefixt. Also zwei Stunden waren es dann doch gewesen, aber das ist halt mal super, super wenig, in Anbetracht dessen, dass du vielleicht mehrere hundert Gigabyte zurückspielen musst. Also das war schon mal gut gewesen. Und dann habe ich noch zwei kurze Geschichten dazu. Zeitersparnis, Teil Nummer zwei. Aktuell, wir hatten letztens mal ein Takeover gemacht von einem Domain-Controller und haben uns dann relativ lange Zeit gelassen, den Betrieb zu nehmen und danach waren die ganzen Vertrauensstellungen von Workstations weg. Und dementsprechend haben wir jetzt bei einem größeren Kunden, der an die 400 PCs hat, jetzt mal uns den Luxus gegönnt und mal die komplette Migration von Server 2008 bis 2016 Server mal durchzusimulieren. Und da läuft es umsicht nach dem gleichen Prinzip. Also man nimmt sich eben die Datasets oder die entsprechenden Laufwerke, da gibt es bald ein eigenes Video dazu, wie man damit umgeht, und klont die erst mal zu einem identischen Zeitpunkt. Und macht dann quasi Schritt für Schritt Domain-Controller 1, Update, Domain-Controller 2, Domain-Controller 1. Man kann auch in der ganzen Zeit quasi diese geklonten Datasets wieder snapshotten. Das heißt, ich kann vor jeder Situation, vor jedem Test eine Version erzeugen, auch zurückrollen. Also in der Praxis würde das so laufen. Ich klone mir Domain-Controller 1 und 2 und kopiere mir die VM-Definitionen einfach in Boxmox auf und an den Datastore, hänge die in ein eigenes Netz, also im Idealfall eine eigene virtuelle Bridge, wo die nicht ins Produktiv-Netzwerk kommen, wo auch keine physikalische Netzwerkkarte erst mal da ist und teste das Schritt für Schritt. Mach Update 1, 2008 R2, dann 2012 und so weiter für die Einzelnen durch. Immer abwechselnd guck, dass noch alles geht, schau mir die Ereignisanzeigen an, simulier alles durch und zum Schluss hänge ich mal so ein paar Server hinten dran. Auch geklont, so was wie ein Exchange-Server und guck mal, ob der damit klarkommt. Also wenn der Exchange-Server funktioniert, hinterher funktioniert der Rest auch, weil das ist das Zickigste. Vielleicht nochmal ein Sharepoint. Also gleiches Spiel. Man macht einen manuellen Snapshot, der nicht ausgerollt wird, also ZFS-Snapshot, Domain-Controller-1-Dataset-Add-Clone und dasselbe mit einem Zweier, definiert die beiden als Datastore, wenn das noch nicht erfolgt ist und erzeugt sich eine neue VM. Und dann kann man in aller Ruhe auf einer virtuellen Hardware die Dinger, die ganze Migration testen, auch Updates, In-Place-Upgrades, kann man alles wunderbar simulieren und manchmal sogar, wenn es funktioniert hat, sogar einfach dann den Klon in Betrieb nehmen und das Ergebnis wieder zurückkonsolidieren auf die eine oder die andere Art, da kommen wir auch noch dazu. Also auf jeden Fall auch eine sehr schöne Kiste. Ja, nochmal Zeitersparnis. Also gerade wenn Server Ärger machen und rumzicken, dass du irgendwas mal probieren möchtest oder die Diskussion hast, dass mal was ging oder etwas besser gehen könnte, empfehle ich immer einen ZFS-Klon zu machen. Ja, das ist am einfachsten. Einfach die manuellen Snapshot erzeugen mit dem Befehl ZFS Snapshot und dann den Dataset-Namen. Das hat einfach den Vorteil, dass der erstmal nicht gelöscht wird. Klar, den muss man später löschen, sonst wird die Versionierung endlos und definiert sich das Ganze dann in einem Datastore. Also wenn das jetzt ein Proxmox ist und das ist ganz normal im ZFS-Local, dann nimmt man da einfach eine neue Festplattennummer, sowas wie VM 999-Disk 1 dann hinterher und 998-Disk 1, dann ist das derselbe Datastore. Und wenn das irgendwie ein File-Datastore ist oder ein NAS ist, dann muss man das eben als neuen Datastore definieren oder mit NFS mounten. Und da kann man dann auch so Späße machen wie was wäre wenn oder kann Performance-Tests machen, ohne dass man irgendwie die Leute dann damit wirklich stört oder belästigt. Kann einfach mal gucken, ob ein In-Place-Upgrade geht, ob man das optimieren kann, einen Checktest machen, einen Defrag, ob es was bringt. Also alle Fragen, die sich einem so stellen, ohne wirklich in den produktiven Betrieb da eingreifen zu müssen. Also der Vorteil ist einfach der, bevor ich was zurückrolle, würde ich erstmal sowas klonen und würde dann mal schauen, wie verhält sich der Klon, ist das in Ordnung. Wenn das alles in Ordnung ist, würde ich nochmal replizieren, dann würde ich noch erstmal den Klon löschen oder der hat es ja dann erledigt, zurückrollen, das Ganze in Betrieb nehmen und wenn es dann immer noch Probleme gäbe, hast du ja noch auf dem Replikat eine gewisse Zeit lang die Differenz, das kann man relativ leicht mit der Hand zurück replizieren, inkrementell. Das geht immer in beide Richtungen. Ja, und dann kannst du im Endeffekt, wenn alles passt, also wenn du dir sicher bist, dass alles passt, dann rollst du auch das replizierte Ziel zurück und dann hast du wieder ein Live-Backup und das ist wirklich großartig. Also vom Prinzip her ist es wirklich so, wenn du kannst dieselbe Platte zehnmal klonen und zehn verschiedene Tests gleichzeitig fahren, der Klon benötigt immer nur so viel Platz, wie er sich verändert hat. Und wenn du irgendwie nur Dateien zurückspielen möchtest, ist das im Prinzip genauso einfach. Du kannst eine Platte klonen, also eine VM100 Disk 1 zu einer VM100 Disk 9 und fügst das dann dem Proxmox hinzu. Die Befehle schreibst du nochmal in die Shownotes rein mit QMZ und dann kannst du quasi einfach im Betrieb dir die Platte öffnen und kannst dann deine Dateien zurückspielen, die du brauchst und kannst dann die Platte wieder auswerfen und den Klon zerstören. Noch einfacher ist mit Linux-Gästen, zum Beispiel Debian, Univention oder sowas, Univention-Platte kannst du auch ganz einfach hergehen, kannst dich schon mal im Proxmox einfach klonen, auch im Proxmox direkt mounten, ohne dass im Univention da was gemacht werden muss, die Dateien rausziehen, brauchst du eigentlich kein Datei-Backup. Ja und ich weiß, ein Backup ist ein Backup, aber wenn du die Dienste, die relevant sind, noch vorher kurz runterfährst vom Snapshot, hast du auf jeden Fall Backup, wenn du hier Snapshots und klonst, dann kannst du eigentlich auf die klassische Backup-Software verzichten. Also so viel mal nur als Überlegung, wie das praktisch funktioniert, zeige ich in der nächsten Folge. Da geht es darum mal im Umgang mit Dataset und Z-Volts, wo da so die Unterschiede im Verhalten sind, wie man die mit Proxmox, NFS, Eiskasse so testen kann. Ich hoffe, euch hat das gefallen, mal als Gedankenanstoß, dass ihr mal eine kurze Praxis-Folge, wie ihr habt hier so eine Laber-Folge und ja, abonniert den Kanal, das macht ihr hier unten, also hier unten sind meine Füße und meine Hose, aber das macht ihr hier unten und erzählt das weiter und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne bei uns als Firma oder als IT-Systemhaus gerne 10 Blöcke Stunden bei uns kaufen, die sind relativ günstig und könnt das lernen und praktisch danach einsetzen. Ja, vielen Dank für das Interesse und noch einen schönen Sommer, jetzt erstmal ein schönes Frühjahr und ich hoffe mit dem neuen Studio, auch wenn das mit dem Hintergrund nicht so geil ist, aber zumindest ist es für mich jetzt super komfortabel und kann jetzt mal wieder öfter aufnehmen, hoffe ich doch. Auf Wiedersehen bei ZFS Rocks und Susops TV. Auf Wiedersehen bei ZFS Rocks und Sprecher 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 Auf Wiedersehen bei ZFS Rocks und Sprecher